Hä? Hey Leute! Ich war gerade alles für einen mega nice Caesar Salad einkaufen. Super wichtig sind auf jeden Fall Tomaten. Kann weg. Eine freshe Gurke. Kann weg. Rote Paprika. Kann weg. Parmesan. Frischer Salat. Kann weg. Karotten. Und zu guter Letzt Chicken. Darf natürlich auch nicht fehlen. Oh, ist der noch gut? Ein Drittel unserer Lebensmittel landen im Müll. Leute, das ist ein Drittel zu viel. Was tut ihr dagegen? In diesem Spot wurden keine Lebensmittel weggeschmissen und alles drauf aufgegessen. Mein Tipp bei alten Lebensmitteln, immer erst anschauen, dran riechen und dann probieren. Oft sind sie noch super lecker. Auf Wiedersehen.